ein herzliches willkommen wir sind bei mittwoch dem zweiten märz 2022 die sonne ist in den fischen der mond ist in den fischen und wir haben auch noch neumond dann haben wir zwischen sonne und uranus ein sextil das bedeutet dass man mit freude neues beginnt angeht veränderungen herbeiführt wir haben merkur in verbindung mit saturn die natürlich darauf achten dass man eben genauer hinschaut ja wir haben auch sonne in verbindung zum mond die beiden vertragen sich hervorragend ich denke man muss nur immer schauen dass man auf dem teppich bleibt ja venus und mars stehen vom zweiten bis vierten eben auch mit pluto zusammen und pluto ist immer so die energie die entscheidungen die daraus entstehen sind endgültig und deswegen sollte man natürlich auch nichts ich sag jetzt mal voreilig entscheiden sondern man sollte sich seine dinge sehr gut überlegen ja schauen wir uns das für euch in den karten ein schönen guten tag mein lieber wieder wir sind beim mittwoch 2 märz 2022 die sonne in den fischen weiterhin der mond ebenfalls also sensitivität ist angesagt wir haben die vage energie der gerechtigkeit für harmonie sorgen acht geben neun der schwerter unnötige sorgen und abwägen ich denke es geht darum dass du deine worte sehr gut wählst dass du abwegst was kann ich sagen was sollte ich lieber lassen im moment die leute können sehr empfindsam sein du selbst natürlich auch wir haben den page der münzen g sehr sehr langsam vor sehr bedächtig sehr zaghaft würde ich sagen also nicht zu hastig es kann auch sein dass es klärungsbedarf gibt dass man dinge besprechen sollte und da sollte man eben auch prioritäten setzen was liegt jetzt wirklich an und was muss besprochen werden vielleicht kommt auch jemand zu dir und möchte mit dir über irgendwas sprechen sucht deinen rat und vielleicht auch deine unterstützung mit der vage energie sollte man sich da so ein bisschen wie eine vage verhalten nämlich freundlich bleiben ich sag mal zuhören nett sein aber vielleicht auch nicht sich zu stark involvieren erstmal raum geben für gespräche raum lassen eine gewisse end also freundlichkeit entgegenkommen zeigen aber erst mal hören was sache ist bevor du da vielleicht ablehnend oder so reagiert es kann etwas sein was jemanden sehr beschäftigt es kann auch etwas sein dass dich sehr beschäftigt aber nicht alles auf einmal es lässt sich nicht alles auf einmal klären da muss man schon ein bisschen zeit sich nehmen zeit lassen ich denke mal es ist für dich als wir da vor allen dingen heute sehr sehr von vorteil wenn du sehr behutsam und ich sag mal wie auf eierschalen heute unterwegs bist ja es wird sich auf jeden fall lohnen da nicht irgendwas vom zaun zu brechen erst mal beobachten und gucken wie die lage ist und ich wünsche dir viel erfolg dabei sagt bis morgen herzlich willkommen mein lieber stier wir sind beim mittwoch dem zweiten märz 20 22 einiges los vor allen dingen sehr sensitive mitmenschen sehr empfindsame oder sehr dünnhäutige mitmensch es kann auch sein dass du dünnhäutig bist also stelle ich am besten darauf ein und versuche eben nicht zu forcieren oder ja mit gewalt durchzusetzen was haben wir für den stier heute ruhephase geh es ruhig an überlegt dir deine vorgehensweise das rad des schicksals ist auf deiner seite das ist gut und die königin der stäbe ist die energie des optimismus natürlich die dinge angehen und wir haben auch hier die kommunikation man kann sich austauschen man soll sich austauschen man erfährt vielleicht auch etwas positives was ein optimistisch stimmt aber man sollte heute sehr behutsam vorgehen sich seine worte und handlungen gut überlegen ich sagte ja man selbst oder auch die mitmenschen können sehr empfindsam sein sehr dünnhäutig und deswegen ist der achtsamkeit natürlich von vorteil und ich denke mal du als stier kannst das gut mit leuten umgehen und ich da auch so ein bisschen distanzieren von dass du eben ja sagen wir mal in schlechte stimmung oder in aufregung und so weiter dich heute nicht so hineinziehen lässt du überdenkst das und du wirst auch positives rüberbringen vielleicht auch positives erzählen es ist immer wichtig dass man so ein bisschen die lage checkt wie ist denn das so vor ort wie sind die leute unterwegs vielleicht überlegst du dir auch etwas wie du deinem glück auf die sprünge helfen kannst auch da gibt es die möglichkeit dass da informationen zu dir gelangen und das solltest du natürlich nutzen aber auch da in der ruhe liegt die kraft du bist ja erdenergie und deswegen macht es dir nichts aus auch das ein bisschen genauer zu betrachten und sich zeit zu lassen also ich denke du bist gut bestrahlt heute wenn du eben die informationen sammelst überlegst und dann erst reagiert oder agiert ich wünsche dir einen schönen tag und sagt bis morgen einen schönen guten tag liebe zwillinge wir sind heute bei mittwoch dem zweiten märz 2022 sonne und mond stehen in den fischen und machen die leute ein bisschen übersensibel dünnhäutig das kann dir auch passieren aber ich denke mal es ist mehr im außen so und wir schauen uns jetzt mal an was wir für die zwillinge am heutigen mittwoch haben wir haben gute energien für neubeginne wir haben aber auch pluto wo man eben entscheidungen gut überdenken sollte denn diese nicht umkehrbar wir haben den stern die wassermann energie der heilung etwas was geheilt werden soll kann jetzt heilen königin der schwerter ist auch deine energie du bist ehrlich und aufrichtig zu dir selbst du bestehst dir selbst auch etwas zu beziehungsweise klärst wo heilungsbedarf bei dir persönlich besteht und wir haben den gehängten du machst dir erstmal ein bild über die lage der mitmenschen wie sie so unterwegs sind wie sie auf dich zu gehen ich denke du hast eher so die beobachter funktion und versuchst dir darüber einen reim zu machen auch wie du weiter vorgehen solltest wir haben den könig der keche das ist natürlich fürsorglich nett entgegenkommt freundlich aber eben auch immer mit seiner eigenen agenda also das was er vorhat das zieht er auch durch aber ist nett und freundlich zu anderen und ich denke das ist so deine attitüde am heutigen tag aufrichtigkeit zu sich selbst hilft dir zu heilen es hilft dir auch authentisch rüber zu kommen aber man muss eben auf die belange oder die eigenheiten auch des umfelds ein stück weit achten und das ist nicht ja das ist sicherlich sehr hilfreich auch dass man nicht im falschen moment irgendwas tut oder sagt was dann andere unnötig verärgern könnte oder wo andere dann allergisch darauf reagieren könnten ich denke dass du damit gut zurechtkommst du bist ja vorgewarnt jetzt und ich wünsche dir natürlich dass das klappt und dass du dann eben auch zu deinem ergebnis kommst fürsorge und freundlichkeit haben noch nie geschadet also auf jeden fall eine sehr positive energie ich wünsche dir einen angenehmen tag und sagt bis morgen einen schönen guten tag lieber krebs wir sind heute beim mittwoch dem 2 märz 2022 sonne und mond in den fischen für dich als wasserenergie natürlich sehr schön sehr liebevoll sehr beflügelnd würde ich mal sagen fantasievoll kreativ und so weiter aber es macht dich halt auch ein stück weit dünnhäutig ja also du könntest was in den falschen hals bekommen andere natürlich auch denn diese energie wirkt nicht nur auf den krebs wir haben im hintergrund immer noch mars und venus im steinbock da bin ich froh denn das hält dich so ein bisschen auf der realitätsebene was haben wir denn heute für den krebs wir haben das gericht die dinge nach sachlichkeit oder fakten beurteilen also sich nicht irgendwas ausmalen kein kopfkino sondern was ist fakt die liebende das ist was was du liebst eine sache eine ja vielleicht ein projekt oder so aber es kann auch eben natürlich in beziehungen sein wir haben den ritter der schwerter da haben wir eine schnelle sehr rasante energie vielleicht eine veränderung mit uranus oder auch durch pluto da könnte schnell eine überraschung passieren irgendwas könnte sich schnell ergeben auch in beziehungen natürlich und wir haben den ritter der kirche da könnte natürlich auch was schönes passieren es ist ja nicht immer negativ aber es ist halt unverhofft das ist halt schnell und unbedacht und man weiß im ersten moment vielleicht gar nicht wie man darauf reagieren sollte also ich finde mit dem gericht ist schon wichtig dass dir klar ist was du selber möchtest egal jetzt in welchem bereich dass du dir sicher bist was du willst und wenn dann nämlich eine überraschung kommt bist du trotzdem gewappnet du weißt was du möchtest und was nicht es ist aber liebevolles entgegenkommen das kann auch unterstützung sein mit der du im vorfeld nicht gerechnet hast es kann natürlich auch ein neues liebes angebot sein es kann eine freundliche geste sein eine liebevolle fügung auch im job zum beispiel also man ist dir gut gesonnen und ich denke dass da eben auch schöne energien für dich drin sind also lass dich nicht erschüttern bleibe auf deiner ebene und dann vielleicht auch findest du schöne überraschung da wünsche ich dir einen schönen tag und sagt bis morgen einen schönen guten tag mein lieber löwe wir sind heute bei mittwoch 2 märz 2022 sonne und mond in den fischen da sind alle sehr fein fühlend sehr liebevoll vielleicht auch über sensibel oder auch über motiviert in dem bereich kann sein das kann dir als feuerzeichen ein bisschen suspekt vorkommen sei da bitte vorsichtig dass du keinem ungewollt auf die füße trittst und wir haben im hintergrund ja mars venus im steinbock das hält das ganze ein bisschen auf der realitätsebene das schon mal gut wir haben ja auch mit energien von merkur saturn und vor den mars und venus und pluto zu rechnen also bitte keine voreiligen vorschnellen entschlüsse was haben wir für den du stehst vor einer entscheidung du suchst nach informationen du brauchst vielleicht noch ein input ein gespräch und wir haben die unabhängigkeit es ist deine unabhängigkeit oder kurz vor einem durchbruch stehen mit den neuen der münzen du hast schon einiges erreicht das ist auch schön so aber irgendwas fehlt halt noch oder irgendwelche dinge müssen noch geklärt werden es ist wichtig sich darum sachlich und klar zu kümmern königin der kirche da haben wir diese liebevolle fürsorgliche energie das bemuttern vielleicht fühlst du dich ja auch bemuttert von irgendjemandem und das kommt dir so ein bisschen komisch vor aber ich denke du solltest das heute so wie es kommt nehmen und damit umgehen eben selber auch fürsorglich darauf reagieren nicht abwehrend sondern freundlich und nett und es geht auch darum sich um sich selbst zu kümmern also wie es dir geht vielleicht bist du ja selber auch ein bisschen sagen wir mal sensibel heute auch das ist möglich aber ich denke dass gefühle und so weiter positiv sind also dass du da positiv hinkommst aber eine entscheidung sehe ich heute noch nicht aber vielleicht ist das auch einfach so warte noch ein bisschen dann wird sich die entscheidung dann für dich und vielleicht auch deine mitmenschen je nachdem um was es geht auch ergeben der austausch mit anderen ist auf jeden fall liebevoll ja dann wünsche ich dir einen schönen tag und sagt bis morgen ein schönen guten tag liebe jungfrau wir sind beim mittwoch dem 2 märz 20 22 sonne und mond in den tischen sehr gefühlvoll sehr sensitiv sehr entgegenkommt und auch ja natürlich ein bisschen überempfindlich auch kann passieren bei dir genauso wie bei anderen deswegen sollte man da vorsichtig sein wenn man irgendwas klären möchte oder so nur mal so vorweg wir haben mit mars venus und pluto bis zum vierten auch energien die dafür sorgen können dass man entscheidungen trifft die endgültig sind deswegen sollte man da auch ganz genau hinschauen die sind nicht widerrufbar so und dann haben wir natürlich auch mehr kursatoren also man passt schon auf dass man da nicht ich sag jetzt mal über die strenge schlägt das ist so alles auch so ein bisschen in deiner energie wir schauen mal was wir für dich haben fünf der kirche da ist sensibilität vielleicht auch der aufruf die zwei der kirche die hand zu nehmen also die einstellung zu verändern und zu schauen ob man da entgegenkommen kann wir haben die königin der stäbe feuer energie leidenschaft natürlich sich für etwas einsetzen für etwas brennen da haben wir auch liebevolle energie entgegenkommen freundschaft liebe partnerschaft und wir haben den herrscher so der herrscher ist verantwortung du bist ja auch verantwortungsvoll das heißt aber nicht dass über andere bestimmen kannst das muss man auch sagen also gefühle sind ja sowieso schwer einschätzbar und wenn du sagen wir jetzt mit etwas hadas und dich dafür einsetzt dass die dinge wieder in ordnung kommen kannst du das natürlich nicht mit dem herrscher ich sag jetzt mal forcieren es ist viel wichtiger dass du deine eigene freundlichkeit dein eigenes entgegenkommen forcierst dass du eben auch die ansichten oder einstellungen anderer akzeptiert der leidenschaft liebe und so weiter kann da drin sein aber wir haben mit den fünf der kirche eben auch ja die möglichkeit dass da etwas schief laufen könnte also sei da bitte darauf bedacht nicht zu eigensinnig zu sein umgekehrt solltest du dich natürlich auch nicht am nasenring durch die arena führen lassen also es kann in beide richtungen gehen damit man eben nicht traurig ist aber vielleicht sind die fünf der kirche auch einfach mal ja man ist ein bisschen dünnhäutig und das darf man sich selbst oder anderen heute gerne zugestehen dann wünsche ich dir viel erfolg dabei und sagt bis morgen einen schönen guten tag liebe vage wir sind heute beim mittwoch dem zweiten mehr 2022 sonne und mond in den fischen das macht sehr sensibel sehr gefühlvoll sehr dünnhäutig kann dir passieren kann anderen passieren wir haben energien mit mars venus und pluto die dafür sorgen können dass entscheidungen endgültig sind und nicht widerrufbar deswegen vorsichtig damit und ich denke mal dass du dich darauf einstellen kannst wir schauen mal was wir für die waage heute haben entgegenkommt das ist einfach freundlichkeit ein freund eine freundliche geste ein lächeln das ist schön wir haben aber auch wettbewerb das kann bedeuten dass man sich nicht so grün ist oder dass man eben auf leute trifft die so ein bisschen schwierig sind wir haben einen leidenschaftlichen neu beginne sind jetzt auch befürwortet allerdings sollte man natürlich schauen ob es sich lohnt das ast der stäbe ist feuer energie und wir haben jetzt eher wasserenergie und wir haben erdenergie das muss man prüfen ob machbar und möglich wir haben die neuen der stäbe dafür ausgabt man sich möglicherweise in etwas was sich nicht lohnen könnte also sei da bitte vorsichtig wenn du ein bisschen schwierigkeiten hast mit der gefühlswelt anderer oder mit der eigenen solltest du natürlich heute keinen leidenschaftlichen neu beginn starten sondern du solltest dir überlegen wie du deine möglichkeiten oder die dinge die gemacht werden müssen in ruhe erledigt die fünf der stäbe ist immer auch ja unsicherheit oder man ist selbst nicht sicher es ist ja auch nicht schlimm nicht sicher zu sein und sollte man dann natürlich keine weitreichenden entscheidungen treffen man sollte sich dann lieber mit anderen abstimmen vielleicht ist es auch entgegenkommen oder es kann natürlich sein dass da ich sag mal enorme kräfte auch herrschen und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein vielleicht verwickelst du dich am besten gar nicht erst in irgendwelche konfliktsituationen das wäre am günstigsten verschiebt das lieber auch ein bisschen später und häng dich nicht in etwas rein von dem du nicht weißt ob es sich tatsächlich lohnt dann wünsche ich dir einen möglichst angenehmen tag und sagt bis morgen einen schönen guten tag mein lieber skorpion wir sind beim mittwoch dem 2 märz 2022 sonne und mond in den fischen machen sensitiv gefühlvoll kreativ auch ein bisschen dünnhäutig natürlich wir haben auch mit mars venus und pluto energien die endgültig sein können wenn man eine entscheidung trifft vorsichtig damit wir schauen uns an was wir heute für dich als skorpion der du ja mit diesen energien eigentlich gut umgehen kannst wie das aussieht am heutigen mittwoch was haben wir für dich 10 der stäbe da gibt es noch einiges zu tun hast verpflichtungen wir haben den hierofanten das sind beziehungen das sind aber auch jetzt mal der job die firma und so weiter und wir haben die 10 der schwerter du hast schon einige erfahrungen gemacht mit diesen dingen also du bist ein jemand der fleißig ist der sich einsetzt für seine dinge der sich vorausgab 10 der stäbe ist ja auch viele verpflichtungen der hierofant ist wie gesagt die firma vielleicht setzt du dich für die firma ein oder auch für eine beziehung die 10 der schwerter du weißt schon wie es ist wenn etwas nicht klappt du kommst darüber hinweg aber es kostet halt natürlich kraft wir haben die sechs der münzen dein auftrag ist heute dafür zu sorgen dass die energie nicht mit dir oder mit den anderen durchgehen also dass du für eine gewisse harmonie sorgt dass sich keiner benachteiligt fühlt aber du eben auch nicht ja aus deiner erfahrung heraus und aus deinem ich sag jetzt mal bei einer energie heraus sehe ich dass du dich darum kümmerst dass nichts übertrieben wird und dass keiner sagen wir mal zu kurz kommt oder einer wie gesagt benachteiligt wird das finde ich sehr schön auch du sollst nicht benachteiligt werden und möglicherweise sorgst du heute auch mit einer sehr sensiblen fürsorglichen art und weise für ruhe und frieden und heißt zum beispiel auf dass man gemeinsam dinge erledigen kann um das dann schneller auch wieder ja von der backe zu haben könnte man sagen ja ich wünsche dir dabei viel erfolg und sag bis morgen einen schönen guten tag mein lieber schütze wir sind beim mittwoch dem 2 märz 20 22 sonne und mond in den fischen sehr sensibel kreativ aber auch ein bisschen dünnhäutig also man muss aufpassen was man heute von sich gibt wie man was sagt oder wie man auf andere zugeht die sind sehr sehr empfindsam und auch du kannst natürlich sehr empfindsam sein heute achte darauf wie es dir geht und wie es anderen geht mit mars venus und pluto haben wir energien die dafür sorgen können wenn man heute entscheidungen trifft die sind nicht umkehrbar also man kann sie nicht zurücknehmen deswegen sollte man da vorsichtig sein das geht auch noch bis zum vierten märz so was haben wir für den schützen heute positive energie gute stimmung strahlkraft vielleicht beflügelt ich das ja auch das möchtest du festhalten oder du hältst daran fest wir haben die sieben der stäbe du verteidigst das auch und die zehn der münzen war also ich denke mal dass du sehr positiv gestimmt ist ja und dass du an dieser positiven energie festhält für deine belange dich ein setzt also eben auch wehrhaft bist nicht streitsüchtig aber wehrhaft und damit viel erreichen kannst in beziehungen genauso wie im job also die positiver du an die dinge herangehst und die positiver du bleibst bei allen vielleicht hindernissen oder so und je mehr du auch dir selber treu bleibst mit den sieben der stäbe desto mehr kannst du in zwischenmenschlichen bereich im finanziellen bereich und im karriere bereich erreichen stabilität und sicherheit also ich denke du kämpfst dafür dass da einiges geregelt wird oder in die richtigen bahn gelenkt wird vielleicht hilfst du ja auch anderen dabei in die richtige bahn zu kommen durch ideen oder durch gutes zureden durch einen guten rat also sieht sehr sehr gut aus du kannst heute viel erreichen und solltest mit deiner positiven einstellung das eben auch versuchen dann wünsche ich dir ganz viel erfolg dabei und sagt bis morgen ein herzliches willkommen mein lieber steinbock wir sind beim mittwoch dem 2 märz 20 22 sonne und mond in den fischen machen gefühlvoll sensitiv manchmal auch ein bisschen über empfindlich ja das kann dir passieren was kann den anderen passieren darauf muss man sich ein bisschen einstellen man kann also nicht so einfach sagen was einem gerade in den sinn kommt ja noch mit mars venus und pluto energien wenn man entscheidungen trifft dass diese endgültig sein können nicht zurückzunehmen ja da sollte man natürlich acht geben schauen wir uns jetzt mal an was wir für dich als steinbock haben es geht um den job heute wir haben die kommunikation im job wir haben den herrscher da geht es um verantwortung ja ich denke mal es geht darum dass du entweder für dich verantwortung in anspruch nimmst oder über die arbeit über das was gerade geschieht zum beispiel mit deinem boss diskutierst die vorschläge macht oder ihr und dann versuchst da das bestmögliche für dich und natürlich deine kollegen herauszuholen es kann auch sein dass du bericht ist was präsentiert oder so ich denke dass man dir auch mehr verantwortung geben möchte wir haben die königin der schwerter die königin der schwerter ist erstmal mit sich selbst ins reine kommen also kann auch sein dass du dir gedanken darüber machst wie gehe ich diese verantwortung an die ich habe wie möchte ich das machen wo fühle ich mich bei wohl wo was möchte ich lieber nicht und es ist natürlich auch dass man authentisch in dieser verantwortung rüberkommt wenn du vorgesetzter oder vorgesetzte bist zum beispiel dass du eben deinen mitmenschen auch authentisch entgegen tritt das heißt eben auch ich sage jetzt mal empathisch aufrichtig ehrlich ja und das finde ich eine sehr schöne energie was auch immer du machst du kommst heute sehr empathisch rüber und du kannst auch dinge umsetzen neue vorschläge machen ideen anbringen und da wird man dir offen und ehrlich auch dann sagen was man oder frau davon hält also eine sehr interessante energie ich wünsche dir viel erfolg dabei und sagt bis morgen einen schönen guten tag mein lieber wassermann wir sind beim mittwoch dem 2 märz 2022 sonne und mond in den fischen sehr gefühlvoll sensitiv ja sehr dünnhäutig manchmal auch sehr kreativ und manchmal auch ein bisschen sehr fantasievoll ich mein fantasievoll bist du auch aber auf eine andere art und weise und wir haben auch energie mit mars venus und pluto die dafür sorgen wenn man jetzt rasch und unüberlegt entscheidungen trifft kann man sie nachher nicht mehr zurücknehmen diese energie hält auch noch bis zum vierten märz da muss man acht geben dass man sich wirklich gut überlegt was man entscheidet was haben wir denn heute für den wassermann wir haben den hierofanten es geht um verbindungen es kann die firma sein es kann die familie sein der partner die partnerin königin der schwerter da geht es auch um aufrichtigkeit also authentisch sein sich überlegen wie stehe ich dazu was möchte ich was wünsche ich mir was habe ich gut gemacht selber was nicht so aber das alles in einer positiven attitüde also man versucht ja sich selbst zu verbessern wir haben die drei der schwerter da ist kränkung drin da ist ein herzschmerz drin ja und wenn du ehrlich zu dir selbst bist diese diesen schmerz ist es wichtig zu klären wo kommt der her ist der durch ereignisse verursacht durch dich selbst durch andere da gilt es absolut aufrichtig zu sein ja es geht um wichtige beziehungen die du hast wo bist du gekränkt warum und oder wen hast du vielleicht auch gekränkt wir haben den könig der stäbe feuer energie kann natürlich die person sein der du zugesetzt hast oder die dir zugesetzt hat man hat sich vielleicht gegenseitig gestritten aber die königin der schwerter schaut genauer hin wo ist der schmerz wie ist er entstanden und vielleicht auch wie kann ich das bereinigen das ist zumindest die überlegung ich denke mal feuer energie ist sehr optimistisch geht die dinge an möchte diese dinge aus der welt schaffen und vielleicht ist das ja auch dein bestreben in beziehungen für klarheit zu sorgen indem man den schmerz den man hatte oder den man geteilt hat mit anderen dass man diesen bereinigt und da finde ich es sehr gut dass du da sehr authentisch hinschaust dann wünsche ich dir dabei viel erfolg und sag bis morgen ein herzliches willkommen liebe fische wir sind bei mittwoch dem zweiten märz 2022 sonne und mond in den fischen wow da ist natürlich eine menge fische energie drin und als fisch musst du selber natürlich acht geben dass du nicht die bodenhaftung verlierst dafür sorgen aber mars und venus die im steinbock sind und das ist auch gut so weil wir haben auch die pluto energie die dich sonst dazu verleiten könnte entscheidungen zu treffen die du nicht mehr revidieren kannst und das wäre vielleicht fatal wenn man da eine falsche entscheidung trifft schauen uns mal an was wir am heutigen mittwoch für die fische haben ein leidenschaftlicher neu beginn wow dann haben wir die königin der stäbe feuer energie optimismus man kümmert sich um diese leidenschaft und man ist erfolgreich ja das ist natürlich auch beruflich kann es dazu führen dass man heute einen durchbruch erlebt das sieht gut aus ja ein leidenschaftlicher neu beginn mit einer neuen aufgabe man erhängt also man hängt sich richtig rein man ist erfolgreich und da haben wir die zehn der schwerter die ist gar nicht so schlecht die zehn der schwerter heißt ja man kommt über über missstände enttäuschungen hinweg aber die zehn der schwerter ist auch deine erfahrung die du schon gesammelt hast das heißt ich drehe jetzt nicht durch sondern ich halte mich an das was ich kenne womit ich erfahrung habe und ich bin deshalb ein bisschen vorsichtiger ja ich tausche mich aus mit den zehn der schwertern ich weiß was passieren kann wenn man zum beispiel hoch hinausgeht kann man auch tief fallen sagt man ja so und das ist das was dich davor schützt ja deine erfahrung die dinge die du schon miterlebt hast wo da irgendwas war wenn man dann ich sag mal die bodenhaftung verliert und hier ist eben kommunikation drin der austausch mit anderen die rückversicherung und man weiß was auf einen zukommt wenn mal was schief geht also ist man nicht total abgehoben sondern man ist da auch realistisch und das ist sehr sehr wichtig gerade bei erfolg der dir von herzen gegönnt wird natürlich ja aber dass man diesen erfolg eben auch langfristig hat und dafür stehen mars und venus in eben im steinbock und das ist eben auch eine schöne energie ich wünsche dir diesen erfolg von herzen bodenhaftung behalten dann geht es nämlich auch so weiter alles liebe für dich und bis bald